Hallo Menschen! Ich dachte mir, ich zeige euch die Mangas mal wieder getrennt vom normalen Lesemonat, denn dann gucken und kommentieren halt auch wirklich nur die Leute, die es interessiert. Und ich glaube, wir haben wieder eine ganz gute Mischung dabei, denn zwischen Boys Love, süßen Hunden und Horror ist eigentlich alles mit vorhanden. Und wir starten eigentlich mit einer Lüge von mir, denn es ist kein Manga, sondern ein Manoir, also aus China, nämlich Starting from a Lie. Und ich muss zugeben, dass mich zu dem Buch vor allem die meinen auch wunderschönen, zarten Zeichnungen gezogen haben. Es ist bunt, aber was mich an diesen Webtones oft stört, ist, dass sie so, das sieht wirklich so einfach aus wie am Computer, einfach eingefärbt, irgendwie so ein bisschen so plakativ oder so flach, finde ich. Und das hier waren aber eher so Masterfarbenzeichnungen. Also kann schon sein, dass es auch am Computer gemacht ist, aber halt wirklich ein mich mehr ansprechender Stil. Die Geschichte ist allerdings eher so okay. Also ich habe leider tatsächlich die Namen von allen ProtagonistInnen vergessen, also auch für die späteren Mangas. Aber hier ist halt, haben wir zwei Studenten im Zentrum und der eine fragt eben den anderen, also sein bester Freund in letzter Zeit, ob der bitte so tun könnte, als seien die beiden in einer romantischen Beziehung. Das Ganze ist zustande gekommen, weil der eine eben von den zwei Frauen ständig gefragt wird, mit welcher von beiden er denn ausgehen will. Und er hat zwar immer abgelehnt, aber sie haben halt auch nicht locker gelassen. Und plötzlich hat er dann einmal gesagt, hey, 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 es liegt nicht an euch, sondern ich bin schwul und zwar bin ich in einer Beziehung mit XY. Das heißt, die beiden tun jetzt also in der Öffentlichkeit so, als seien sie zusammen. Und Überraschung, also vielleicht mag der eine den anderen ja wirklich, denn das ist eben eine Boys Love Geschichte. Tatsächlich spielen Lügen also nicht nur als Basis dieser Geschichte, sondern auch im weiteren Verlauf doch immer mal wieder eine Rolle. Also es sind verschiedene Leute nicht so ganz ehrlich oder wollen sich vielleicht manchmal auch selbst etwas noch nicht so ganz eingestehen. Also manchmal haben sie eben auch Angst, wie etwas bei anderen ankommt. Und ich meine, ich kann das Buch jetzt natürlich schlecht für etwas kritisieren, was eben auch schon auf dem Klappentext stand und die Prämisse des Ganzen ist. Aber tatsächlich ist so dieses, wir tun so, als ob wir zusammen sind und wollen uns aber unsere wahren Gefühle nicht eingestehen. Nicht so meine liebeste Ausgangslage für eine Geschichte. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum zum Teufel ich es denn dann gelesen habe, aber das war eben, weil ich die Zeichnungen so schön fand. Und zwischendurch gibt es dann zum Beispiel eben auch mal so kleine Niedliche und der Humor hat tatsächlich auch für mich funktioniert, aber eben auch eher so melancholisch zarte eben. Und da das Ganze, soweit ich richtig informiert bin, in zwei Bänden abgeschlossen ist, würde ich auf jeden Fall noch weiterlesen, auch wenn es vielleicht nicht meine allerliebste Geschichte ist. Ich hoffe halt einfach, dass wir dann wirklich demnächst diese Lügengespinste irgendwie klären können und dass es dann eben auch vorangeht, in welcher Form auch immer. Aber die Zeichnungen haben wir wirklich sehr gut gefallen. Und wir machen mit einer ähnlichen Begeisterung für die Zeichnungen weiter, nämlich der zweite Band von diesem Hashtag Dracula, Dracul, das ist jetzt endlich erschienen. Und ich bin weiterhin wirklich begeistert, wie dort diese Details gezeichnet werden. Also das ist so gut ausgearbeitet, was so Kleidung, Haare oder auch Architektur betrifft. Das ist wirklich richtig, richtig schön gemacht. Und ich mochte jetzt auch tatsächlich die inhaltliche Entwicklung hier in Band 2, denn wir folgen ja unter anderem mehreren Jugendlichen in so einem Elite-Unternat, wo ich anfangs dachte, warum in der Dracula-Geschichte jetzt unbedingt diese Jugendlichen hier im Zentrum. Es geht aber, also nachdem die jetzt quasi in Band 1 etabliert wurden und da war noch so ein bisschen Gängelei, wird es jetzt aber durchaus düsterer. Van Helsing ist zum Beispiel auch schon aufgetaucht. Also es geht voran, es wird jetzt eher wirklich so eine düstere Gothic-Geschichte, sage ich mal. Und ich finde dann sogar, also ehrlich gesagt, das noch ein bisschen mehr als Starting from a Lie, was mir zwar auch gefällt, aber das hier finde ich wirklich ganz, ganz große Kunst. Also da müsste inhaltlich etwas total schief gehen, dass ich das nicht mehr weiter verfolge, weil ich das wirklich einfach so gerne angucke. Also ich bin nämlich zum Beispiel gar nicht so die größte oder der größte Vampir-Fan. Aber weil ich das ästhetisch so unglaublich ansprechend finde, bin ich ja definitiv dabei. Das gefällt mir und so viel mehr kann ich jetzt zu Band 2 gar nicht sagen. Bin aber gespannter drauf, wenn es jetzt vielleicht eben noch ein bisschen, noch mehr irgendwie düsterer, blutiger, schlimmer alles wird. So, und dann gehen wir in eine vollkommen andere Richtung, nämlich dem dritten Band von One Room Dog. Das ist ja ein Manga über den Alltag mit einem großen, flauschigen Hund. Und ich habe einen großen, flauschigen Hund. Und ich glaube, bei dem Manga muss man entweder, also entweder hat man wirklich diesen persönlichen Zugang, so wie ich, oder man muss Hunde wirklich sehr, 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 sehr niedlich finden. Und vor allem eben auch niedlich, nicht irgendwie cool oder so. Denn der Manga konzentriert sich wirklich viel auf diese fluffigen, schönen, lustigen Momente. Und ich meine, ja, man lernt tatsächlich zum Beispiel auch so ein bisschen was über Hundehaltung, aber alles eben so auf die lustige Art und Weise. Und ich muss zugeben, ich habe mir jetzt bei Band 3 schon gedacht, naja, ewig sollte der Manga vielleicht nicht mehr gehen, weil dann doch nicht mehr genug Gehalt da ist. Und wenn ich das richtig gegoogelt habe, dann ist er tatsächlich eben auch mit vier Bänden abgeschlossen. Und das finde ich okay. Das ist dann damit so irgendwie so eine nette, kleine Geschichte. Zugegeben vielleicht halt auch nicht mehr. Aber ich habe mich selber tatsächlich doch mehrmals auch in der Protagonistin wiedererkannt. Aber es ist halt wirklich so, ja, nicht das tiefsinnigste, sondern einfach irgendwie was Süßes zwischendurch. Dann las ich noch Shunas Reise von Hayao Miyazaki. Das Ganze ist allerdings 1983 erschienen, also vor der Gründung des Studio Ghiblis und damit auch natürlich vor Miyazakis weltweitem Ruhm, ja quasi. Und das ist weniger als so ein ganz traditioneller Manga mit Sprechblasen. Also es gibt ein paar, aber wirklich sehr, sehr wenige. Sondern es sind eher so, es wirkt tatsächlich manchmal so ein bisschen wie so Beschreibungen von Filmszenen. Wir beginnen mit einem Volk, was in einer so unwirtlichen Schlucht lebt. Die Versorgung ist dort unglaublich schwierig. Es wächst nicht allzu viel. Und ich glaube, es war der Sohn, ich sage jetzt mal des Anführers, ich weiß nicht genau, wie das genannt wurde, der erfährt von einem Fremden, dass es im Westen eine bestimmte Getreidesorte geben soll, ja, die halt, was weiß ich, gut wächst und sein Volk versorgen könnte. Woraufhin sich eben dieser Sohn des Anführers auf den Weg macht, Shuna heißt er wahrscheinlich, um für seine Leute diese Samen zu finden. Und er reist dabei durch viele so desolate Gegenden. Alles ist auch eher trist. Er begegnet unter anderem immer mal wieder Sklavenhändlern, die aber wohl auch irgendetwas mit diesem Getreide zu tun haben. Und zumindest in einer größeren Stadt hat er das Gefühl, dass das halt alles so ein bisschen zusammenhängt. Und ich denke, so viel kann man schon verraten. Das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Aber er kommt letztlich dann nochmal in ein Gebiet, was dann eben auch wieder so ein bisschen diese zauberhafte, mystische Stimmung, ich sage jetzt mal in den Ghibli-Filmen, ich weiß, es ist kein Film, mit reinbringt, was man so kennt. Und man merkt hier absolut schon so Miyazakis spätere Themen und Interessen. Also als allererstes natürlich dieses Verhältnis Mensch und Natur. Dann auch diese Art von Grenzüberschreitung, also diese nichtmenschlichen Wesen, Geister. Man weiß nicht genau, wie man es nennen soll. Natürlich aber auch das Verhältnis der Menschen untereinander. Auch da geht es ja immer mal wieder um Ausbeutung und Unterdrückung. Und das hat mir tatsächlich so von der Geschichte her schon gut gefallen. Ich mochte auch die Zeichnungen, vielleicht jetzt nicht ganz so sehr wie in den ersten beiden, die ich genannt habe. Auch hier, ich würde sagen, es sind vermutlich so Wasserfarben. Und die sind hier nicht immer so super detailliert, die geben die Stimmung aber sehr, sehr gut wieder. Und zwischendurch gibt es dann eben doch wirklich auch mal wieder so ganz tolle, sauberhafte Szenen, wenn dann irgendwie mal so ein Waldstück auf einem großen Panel gezeigt wurde. Das sieht dann schon sehr schön aus oder zumindest kommt die Atmosphäre eben wirklich gut rüber. Nur, das muss ich halt nochmal betonen, ihr braucht, glaube ich, hier wirklich die richtigen Erwartungen, weil es eben nicht so ein traditioneller Manga ist. Also wir haben wenig Dialoge und unser Protagonist macht zwar schon eine Wandlung durch, aber da ja alles so sporadisch beschrieben wird, gibt es jetzt nicht so direkt eine Charakterentwicklung. Oder so, dass man jetzt, ja man ist jetzt zum Beispiel auch nicht in seinen Gedanken oder so. Das muss man einfach vorher wissen, glaube ich, worauf man sich darauf einlässt. Und was ich sehr witzig fand, hinten ist ein Nachwort des Autors eben auch aus dem Jahr 1983, in dem man sich darüber aufregt, dass es leider unmöglich ist, so etwas, also diese Geschichte in Japan als Animationsfilm zu veröffentlichen. Das hat er nämlich probiert und ja, keiner hat ihm quasi Geld dafür gegeben. Also hat er es eben so gemacht in Form eines Buches. Und das fand ich dann halt schon so ein bisschen lustig, weil heutzutage würden die Leute ihm wahrscheinlich Geld hinterherwerfen, damit er einen neuen Animationsfilm macht. Also hat er ja, um genau zu sein, gerade vor kurzem. Aber ist halt auch irgendwie interessant, wie so eine Größe mal angefangen hat. Das ist also auch für ihn logischerweise am Anfang nicht so leicht war. Und ich mag es tatsächlich immer, wenn man bei Leuten, von denen man halt dann vielleicht schon ganz viel gesehen hat oder gelesen, da nochmal so die Anfänge zu sehen, wenn man schon bemerkt, welche Themen einfach immer wieder vorkommen und auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet werden, ja, hat mir insofern auch ganz gut gefallen. Dann gab es noch Im Schatten der Fabriken. Das ist ein ernster Slice-of-Life-Manga. Wir haben hier zwei 17-Jährige, also einen Jungen und einen Mädchen. Die sind schon ewig miteinander befreundet. Und dann vergewaltigt der Vater des Mädchens die Mutter des Jungen. Und das kommt auch sehr schnell raus, das ist jetzt kein Spoiler, sondern sie erstattet Anzeige. Und dann geht es jetzt in diesem Manga eher darum, wie sich dieses Ereignis auf die Kinder auswirkt. Der Junge macht dem Mädchen überhaupt keine Vorwürfe. Sie selbst hat aber stark damit zu kämpfen. Und es sind aber vor allem die anderen Jugendlichen drumherum, also die dann Kommentare abgeben. Und dadurch verändert sich das Verhältnis der beiden dann doch nochmal. Also das hat einen riesigen Einfluss darauf, wie sie halt von außen betrachtet werden, was andere meinen, dazu abgeben zu müssen. Und wir folgen den beiden auch nicht nur mit 17, sondern es gibt dann nochmal einen Zeitsprung, acht Jahre später, also mit 25, wenn sie beide eben schon so, ich sag jetzt mal, in der Arbeitswelt etabliert sind. Und es ist natürlich vermutlich ungewöhnlich, dass in so einer Geschichte dann eben eher die Kinder im Zentrum stehen. Ich fand das aber gar nicht so verkehrt. Also normalerweise mag ich das jetzt nicht so, wenn der Fokus von den Opfern solcher Handlungen weggenommen wird. Aber die Geschichte zeigt halt wirklich nochmal, welchen Einfluss das auf alle drumherum hat. Also wie so eine Tat dann auch nochmal zusätzlich Kreise ziehen kann und auch eben Jahre später die Person noch nicht loslässt. Und das fand ich dann doch tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist eher, also es ist jetzt nicht auf der total ganz, ganz schlimmen, düsteren Seite, aber halt ernst, melancholisch trifft das, glaube ich, schon ganz gut. Ich glaube, man hätte hier vielleicht sogar tatsächlich zwei Bände draus machen können, um da nochmal, also noch ein bisschen tiefer zu gehen. Denn, also wenn ich jetzt sage, es ist ja halt auch nur ein Mangel. So viele Seiten haben sie ja nun mal meistens nicht, meine ich das jetzt nicht böse, sondern mir hat die Geschichte wirklich sehr gut gefallen. Aber das ist einer der wenigen Momente, ich bin ja sonst immer rigoros beim Kürzen mit dabei. Wo ich aber tatsächlich der Meinung bin, die Geschichte hätte ruhig noch ein bisschen mehr Raum einnehmen dürfen, halt auch einfach. Also ja, hat mir aber trotzdem gut gefallen. Aber ja, man muss, glaube ich, bereit sein für so eine Geschichte. So und als letztes haben wir noch den zweiten Teil von A Suffocatingly Lonely Death. Und ja, das war okay. Ich hatte ja damals, ehrlich gesagt, bei Teil 1 schon gesagt, dass das vielleicht einfach nicht zu 100% meins ist, weil, ich sage mal, so richtige Horror-Mangas, ja, gerne in Abständen mal. Aber das hier ist halt wirklich so ein ganz normaler Thriller mit einem Detektiv. Und das zieht mich tatsächlich meistens gar nicht so sehr mit. Hier am Ende von Teil 2, das ist aber auch noch nicht das Ende der Geschichte, deswegen finde ich es okay, wenn ich das jetzt mal erwähne, weil es gibt so eine Art Twist jetzt eben hier. Aber ehrlich gesagt von der Art, wie ich sie hasse. Weil, wenn uns die ganze Zeit quasi etwas einfach nicht erzählt wird und dann am Ende so, ha ha. Außerdem ist eigentlich die ganze Zeit nämlich noch was anderes passiert, was ich euch aber halt einfach nicht gesagt habe. Na, seid ihr jetzt überrascht? Und ich denke mir halt so, naja, ich bin überrascht, weil du es halt einfach weggelassen hast. Aber das macht für mich halt keinen guten Twist und ehrlich gesagt auch keine hohe Erzählkunst aus. Ich finde, das kann was ganz Tolles sein, wenn man zum Beispiel mit einem unzuverlässigen Erzähler spielt. Das ist aber hier nicht der Fall, sondern es wird halt einfach weggelassen. Das heißt, hier wäre ehrlich gesagt mein Fazit, ich schaue vielleicht in Teil 3 nochmal rein, wenn es halt bei uns auf Arbeit mit reinkommt. Aber es kann auch sein, dass ich das abbreche. Ist auf jeden Fall keine Reihe, an der jetzt so total mein Herz hängt. Ja, und das waren auch schon die Mangas der letzten Zeit. Ich weiß gar nicht so richtig, warum ich jetzt schon eine Weile keine Comics mehr gelesen habe, aber vielleicht, weil Comics noch teurer sind als Mangas und wir gar nicht so unglaublich viele auf Arbeit haben. Also ich gebe auch gerne Geld für gute Kunst, für gute Comics und so aus, aber man muss ja irgendwie auch erstmal davon erfahren. Also ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt mir gerne Empfehlungen dalassen, egal in welche Richtung. Es kann sein, ich brauche ja mal ein bisschen, um mich an Empfehlungen zu machen, aber ich schreibe sie mir alle auf, wenn mich das wirklich auch anspricht. Und ja, ansonsten lasst mir gerne da, was ihr von denen haltet, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe. Irgendwas zwischen niedlichen Hunden und Dracula hat hoffentlich euer Interesse geweckt. Und dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.